Gleich noch ein Abenteuerspaziergang zum Strand. Und ich glaub, war ich in der Pilzhöhle schon? Ich weiß es nicht, ich werd's gleich rausfinden. Ja, also meine Energie reicht gerade so für den Käse. Oh, Junge! Ich weiß gar nicht, wenn man die verbessert, hat man dann auch mehr Wasser? Drinnen. So, also ich geh in die Höhle. Dann zum Gemeinschaftszentrum, dann zum Strand. Okay, da war ich schon. Also erst Gemeinschaftszentrum, dann Strand. Ja, und vorher mach ich noch an der Kiste halt. Also, was soll hier rein? Hopfen eigentlich nicht. Chili, Mais. Die eine Melone, die Pilze. Komm, den Lehm hauen wir auch rein. Hopfen hebe ich auf. Und das sind die Sachen, die ich jetzt im Gemeinschaftszentrum brauche. Ach, guck mal, hier eine Gewürzbeere. Die nehmen wir doch gerne mit. Gut. Ich glaube, das war das hier unten. Nee. Okay. Was kriege ich? Jawoll! Einen Qualitätssprinkler sogar. Uuuuuhhh. Ah! Geh doch bitte noch langsamer. Ich will gar nicht auf meine Farm zurück. Danke. Strand. Das ist's, du wirst du und du es auch bei mir auf. Ich glaube, es ist schön. Ah, ich glaube, du wirst dir in die Beziehung, wo ich auf die Beziehung raussehe. Ich habe hearts regard, Friends. Und ich habe auf meine Farm zum Beziehung. Ich habe meine Farm zu秘perlen. Ich habe es auch für mich zu Hause, und ich habe es davon ab. Und ich habe das mit ihm geahsen. Naja, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier. Ich habe da, mich wieder zu antem. Erstmal, wirst es nicht beendet. Ich habe da, mich zu mir zu Hause. ja das ist ja langsam richtig trostlos beinahe so viel müll wie hier immer drin ist so beim nächsten regentag schaffe ich hoffentlich ebene 40 in der mine aber ich glaube bin mir aber nicht sicher aber ich glaube ab da gibt es eisen die qualitätssprengler haue ich da auch erstmal rein wenn ihr da nicht aufpasst hast du nullkommanichts hier alles zugewachsen voll der dschungel so jetzt geh schön pennen aber vorher will ich wissen bitte regen doch nicht wunderschön sonniger tag so hopfen und tomatoes tomatoes so warte jetzt habe ich gesehen so 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 okay dafür muss ich nochmal weizen holen aber es fehlt mir auch immer noch ein apfel dafür also mache ich das jetzt ganz einfach und sag einfach der scheiß kommt da rein und der scheiß und die geschichten werden verkauft der hopfen wird aufgehoben eben kurz in die höhle das ist jetzt vielleicht so ein punkt da wäre es vielleicht schlau gewesen in der höhle die fruchtfledermäuse anzusiedeln dann hätte ich vielleicht schon einen apfel gefunden hallo ich brauche also auf jeden fall nochmal weizen ich werde gleich also auf jeden fall auch nochmal weizensaat kaufen da brauche ich ja nicht mehr so viel nur so ein bisschen so hatte ich die schon ich gieß die einfach vorsichtshalber nochmal denn sicher ist sicher mal hier ist zeug fertig danke ne danke sind das hier sonnenblumen ich glaube schon ben lass qualitas ichco nicht mehr vett nicht mehr nicht mehr in die